UNTERTITELUNG Und was schlägst du vor? Ganz einfach. Tötet Batman. Hier ist meine Karte. Bruce, das ist Harvey Dent. Rachel hat mir alles über sie erzählt. Das will ich nicht hoffen. Du hast mal gesagt, wir könnten zusammen sein. Hast du es ernst gemeint? Bruce, mach mich nicht zu deiner einzigen Hoffnung auf ein normales Leben. Sie sind Alfred, richtig? So ist es, Sir. Irgendwelche psychotischen Ex-Freunde, auf die ich achten soll? Oh, sie machen sich keine Vorstellung. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind das heutige Showprogramm. Oh, guten Abend, meine Schönen. Sie sehen nervös aus. Ich habe nun gesehen, was ich werden muss, um jemanden wie Ihnen aufzuhalten. Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ich verspreche Ihnen, die Dämmerung bricht an. Und jetzt geht's los. Komm her! Diese Stadt verdient ein anderes Kaliber von Verbrechern. Und ich werde dafür sorgen. Ihr werdet sie, ich zeig sie euch. Entweder stirbt man als Held, oder man lebt so lange, bis man selbst zum Schurken wird. Werden Sie das Bad Pot nehmen, Sir? Am helllichten Tag, Alfred? Nicht sehr dezent. Den Lamborghini also. Ist viel dezenter. Und er ist viel zu. Du hast es, dass ich hier angehe.